WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH in WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 WDR Ich muss jetzt sowas ein bisschen stöhnen. Nicht wackeln. Nicht wackeln. Ich halte schon seit zwei Minuten die Nase, man. Ich will dir gleich an. Du hast keine Mauer, die Nase. Ich brauche einen Platz an und muss ich essen für 10 Leute. Ich bin froh, wie ich habe. Für 70 Leute und du esst das Fleisch. Das ist das Fleisch jetzt auch. Ich weiß, da habe ich auch die Steuze gesagt, damit ihr ein bisschen schnell braucht. Das war ja sowieso mein Geld. Ja, das habe ich das ganze Zeit gelassen, wenn ich schnell Leute brauche. Du kannst nicht mal mit deinem Kühlschrank aus dem Holzverkauf. Nur wenn ich rein essen kann. Muss man nicht Mackloch bauen? Mackloch rein? Meine verhungern gerade. Ist doch Mackloch, oder was? Nee, das ist nur Gärtenbau. Die wollen sich nicht zum Tächeln gehen. Ich bin mit dem Kühlschrank. Jetzt kannst du den Steuer weg. Dann kannst du die nicht mitmachen. Ich lasse ihn jetzt mal hier. Das ist doch glücklich. Wir haben das nicht mehr zu Schrauben gehabt, weil er hat kein Geld. Ja. Guck mal, wenn Mackloch ist ein Auto. Nein, das ist nicht. Was ist das für mich? Kannst du verkaufen oder nicht? Das habe ich mir gemacht. Ja, dann hole ich den erstmal BECAUSE. Das geht auf das Ding. Oder entstehen beim Wein, da gibt es auch mehr Geld. Genau, hast du die Meldung, das geht mir nicht besser. Ist das Ding um die Masse? Ist es um ihre Flinigerbe Rafael? Super, dann hast du verkauft, jetzt hast du wieder kein Geld. Ja, ich muss das ja verkaufen, denn nur die Leute kaufen. Ja, ich gehe dazu auch. Untertitelung des ZDF, 2020